Ich grüße euch, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schocki bei Noki Daily hier auf unserem Kanal. Der Sascha und ich haben heute, am 22. September, wieder interessantes Wissen für euch dabei. Ein Geburtstagskind? Klaas Häufer-Umlauf. Ah, ja, 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 das ist der... Zirkus Halligalli mit seinem kongenialen Partner Joko Winterscheidt. Der Klaas ist der Kleine, oder? Klaas ist der ohne Brille. Ist der Kleine ohne Brille, genau. Ja, ich will. Genau, Klaas Häufer-Umlauf hat heute Geburtstag bekannt geworden, wie gesagt, durch Zirkus Halligalli. Und ja, Happy Birthday. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Schön, dass du geboren bist. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute wünschen wir, alles Gute zum Geburtstag, alles Gute wünschen wir. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Hast du noch ein anderes Lied? Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Du bist nicht Texan. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht, Kuchen gemacht, Kuchen gemacht. Okay, ist jetzt klar, damit das Klaas, damit das Klaas ist halt der Klaas-Häufer-Umlauf-Geburtstag. Am 22. September hat nicht nur Klaas, Happy Birthday to you übrigens, nicht nur Klaas Geburtstag, sondern auch 1827. Pass auf, was eine Story. Dem Amerikaner Joseph Smith erscheint nicht der Engel Mourinho, sondern der Engel Moroni. Moroni, Moroni. Nicht Macaroni, nicht Moroni, sondern Moroni, so ein Mittelding. Wahrscheinlich war das so ein Mourinho-Verschnitt, der gerne Macaroni gefressen hat. Und der Engel Moroni. Und dann Maronen genascht hat. Wahrscheinlich, genau. Und der Engel Moroni erscheint diesem Joseph Smith. Ja, musst dir vorstellen, dir erscheint ein Engel. Aber er erscheint nicht nur einfach der Engel. Nein, nein. Nein, nein. Ein Engel übergibt dir natürlich auch Goldplatten mit eingravierten göttlichen Botschaften. Und drei Jahre später erst, also erst drei Jahre später, man hat sich drei Jahre Gedanken, was mache ich denn damit, gründet Smith die Kirche der Mourmonen. Also das war auch wieder ein langer Anlauf. Also im Prinzip, bei der Story, die ich da jetzt sehe mit dem Macaroni und mit dem eingravierten göttlichen, ist die Kirche der Mourmonen, sorry, komplett auf Kies gefurzt, oder? Also das gibt es doch gar nicht. Was ist denn das für eine Geschichte? Joseph Smith erscheint der Engel von Moroni mit Goldplatten und dann gründet die Kirche der Mourmonen. Ja. Ist ja fast so, als wenn ihr sagen würdet, da ist einer an einem Kreuz genagelt worden angeblich und so ein Zeug. Also so ähnlich. Also haarsträubende Geschichten. Der Sascha nimmt keine gesellschaftlichen Konventionen an. Der Sascha, der ist der Rock'n'Roller unter den Gläubigen. Revoluzzer. Genau. 22. September war das. Ja. Wir sehen uns morgen wieder am 23. September. Schön, dass du da warst, Christian. Schön, dass du da warst, Christian. Wir sehen uns morgen. Schöne Grüße nochmal an den Glasfald. Warum noch? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Schluss. Tschüss. 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 Tschüss.